Ich bin Vanessa González und bin mit 16 aus Spanien in der Schweiz gekommen. Hier habe ich eine Lehre als Informatiker gemacht und habe fünf Jahre auf dem Beruf gearbeitet. Nach der Geburt meines ersten Kind kann ich beruflicher flexibler geworden werden. Darum habe ich die eingenössische Hauswartprüfung und später die höchere Fachprüfung als Leiterin im Facility Management gemacht. Die Lehre hat mich fit für den Arbeitsmarkt gemacht und hat den Grundstein für meine Karriere gelegt. Sie war für meine persönliche und berufliche Integration sehr wichtig. Ich habe viele Menschen kennengelernt und ein persönliches Netzwerk aufgebaut. Lerne Informatikerin und werde Leiterin im Facility Management.